Vorsicht bei der Damenwahl! Isolde die Holde von Ulf Montanus. Isolde die Holde war ein Augenschmaus und lebte gerne in Saus und Braus. So suchte sie stets nach einem reichen Mann und Ottokar, der Industrielle, war nun dran. Das war eine große Gefahr für die Kreditkarte von Ottokar. Der aber war schlau, wusste dies ganz genau und suchte sich schnell eine andere Frau.